Wie Blütenkelche öffnet sich die Decke der Bahnsteighalle zum Himmel. Hier entsteht als Teil von Stuttgart 21 der neue Durchgangsbahnhof im Herzen Stuttgarts. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm ist weit mehr als der Hauptbahnhof. Über 100 Kilometer neue Strecke, etliche Tunnel und Bahnhöfe und die Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart – ein gewaltiges Unterfangen. Im Bewusstsein nicht nur der Stuttgarter steht vor allem eines symbolisch für das Ganze – die Architektur der Bahnsteighalle. In einem natürlichen Schwung fließt die Decke der Halle zum Boden und bildet ihre eigene Stütze. Der Kopf hinter diesen besonderen Formen ist der Ingenieur und Architekt Frei Otto. Er hat die Kelchstützen nicht konstruiert oder skizziert, vielmehr hat er die Kelchstützen in Experimenten entdeckt. Wir werfen einen Blick in seinen ganz besonderen Formfindungsprozess. Hinter seinem Vorgehen steht eine mathematische Theorie, die Vorstellung von minimalen Oberflächen. Minimale Oberflächen sind die spezifisch kleinsten Flächen, um einen Rahmen zu füllen. Klingt kompliziert, doch haben es die meisten schon selbst getan, als Kinderspiel mit Seifenblasen. Ein einfaches Beispiel für einen Rahmen ist ein Ring. Als Membran benutzen wir Seifenlauge. Die Seifenlauge bildet eine Fläche. Wir können intuitiv erkennen, dass dies die kleinstmögliche Form ist, um den Ring auszufüllen. Spannend wird es bei dieser unregelmäßigen Schlaufe. Sie entzieht sich unserer Intuition und ist auch mathematisch kompliziert zu beschreiben. Im Experiment entsteht in nur einer Sekunde die zu ihr gehörende Oberfläche. Dies ist die minimale, also perfekte Form, um diese Schlaufe auszufüllen. Minimale Oberflächen zu entdecken, kann mathematisch anspruchsvoll sein. Ingenieure und Architekten nutzen die fantastischen Eigenschaften von Seifenlauge, um in Experimenten erst einmal ohne Mathematik diese besonderen Erscheinungen zu entdecken. Manche Versuche ergeben überraschende Formen, andere führen zu besonders schönen Formen. Verbunden sind sie alle durch die fast mystische Perfektion der minimalen Oberfläche. Was hat das nun mit Stuttgart zu tun? Unsere neue Bahnsteighalle braucht eine Decke und die hat Frei Otto in eben solchen Experimenten entwickelt. Wir spannen die Decke aus Seifenhaut in unseren Ring. Ein Faden wird das Lichtauge bilden. Die eingeschlossene Seifenhaut wird durchstochen und zack, die äußere Haut formt den Faden zu einem perfekten Kreis. Mit dem Draht ziehen wir den Faden aus der Ebene des Rings heraus, Kräfte aus allen Richtungen wirken miteinander und bilden die physikalisch perfekte Form, um den neuen Rahmen zu füllen. Die Kelchstütze. Wir haben dieses Experiment für den Film nachgestellt. Frei Ottos Versuche waren zugegeben etwas raffinierter. Kelchstützen aus Stahl und Beton werden weltweit erstmals in Stuttgart gebaut. Wie jede Pionierarbeit ist dies eine besondere Herausforderung für die Ingenieure und Arbeiter. Warum sich der Aufwand lohnt, erklärt keiner besser als der Architekt Christoph Ingenhofen. Er ist der kreative Kopf hinter der Bahnsteighalle, wie wir sie heute bauen. Mit klarer Formsprache, unter der Erde und doch lichtdurchflutet. Er hat Frei Otto als Planer an Bord geholt und zusammen gewannen sie 1997 den Architektenwettbewerb für den Stuttgarter Hauptbahnhof. Dieses Gebäude wird eine ganz, ganz große Bedeutung haben für die Entwicklung Südwestdeutschlands, Baden-Württembergs, Stuttgarts. Und dieser Bedeutung muss dieses Haus auch in seiner Gestaltung gerecht werden. Also muss es sein etwas, das auch zeigt, was Stuttgart ist. Es ist ja nicht von selbst gekommen oder per Zufall gewesen, dass wir Frei Otto gefragt haben. Er ist eine wirklich strahlende Figur gewesen, kann man sagen. Sehr schwierig in der Zusammenarbeit. Ja, klar. Sperrig. Ja, nicht einfach. Aber er ist ja nun wirklich die große Ausnahme unter den deutschen Ingenieur- und Architekten, sagen wir mal, des ausgehenden 20. Jahrrunders gewesen. Wir wollten quasi das, was Stuttgarter uns auch ausmacht, also dieses Ingenieurtechnisch Fortschrittliche, dieses Erfinderische, das wollten wir in diesem Projekt haben und haben es als fast irgendwie natürlich angesehen, mit Stuttgartern zusammenzuarbeiten. In dem Fall berühmten Stuttgartern. Später mit Jana Sobek. Zwischendurch mit Fritz Leonard, mit einer Menge Menschen, die uns geholfen haben, das zu tun. Und ein sehr großer, entscheidender Teil davon stammt aus Stuttgart und repräsentiert für mich auch ein wenig diese, ja, diese für uns auch begeisterungswürdige Freiheit im Denken, die diese Leute hatten und haben und die uns natürlich sehr geholfen hat, hier etwas zu tun, das eben über den reinen Funktionsbau hinausgeht, weil es eine besondere Form der Schönheit und der Eleganz zeigt und anstrebt. Aber in diesem Bau steckt sehr viel Funktion. Es steckt nicht nur technisch, ja, acht Gleis und so weiter, es steckt auch in dieser Art der Konstruktion eine sehr sachliche, eine sehr rationale Grundüberlegung. Es ist also nicht eine rein formale Erfindung oder eine Raumschaffung, die wir hier gemacht haben. Die Seifenhaut ist sowas wie sozusagen die jungfräuliche, die total von vielen Aspekten nicht beanspruchte Form. Sie müssen wissen, dass alles das, was man Membran oder ähnliches nennt, ist das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt hier gemacht haben. Die Membran ist etwas, die irgendwo dran hängt und die auf die irgendeine reine Zugkräfte beinhaltet. Das sind alle die Hängemodelle, sind eigentlich Membranen. Die stellen zwar keine Membran dar, aber sie sind als Modell eine Membran. Wenn Sie wissen wollen, wie man sowas macht, man nimmt so eine Art Strom oder ein Gewebe. Dieses Gewebe belastet man mit kleinen Nägeln als Eigengewicht und dann entsteht was Ähnliches wie die Seifenblase. Es entsteht eben auch eine aus dem Hängemodell entwickelte Form und dann kann man diese Form vermessen zu unseren technischen Gegebenheiten, wie groß, wie hoch. Lichtraumprofile, ist jetzt nicht mehr langweilig. Es gibt eine Menge Ansprüche an diese Form. Und dann hat man also dieses Modell vermessen. Man hat das mit dem richtigen Vermessungsingenieur, ist das vermessen worden, sehr, sehr genau. Das hat man dann genommen, hat das in den Computer gegeben und dann hat man das weiter bearbeitet. Und man kann in solche Schalen Löcher hineinschneiden, ohne dass sie den Kraftschluss in der Form unangenehm stören. Das weiß jeder, der eine Kuppel mal gesehen hat, Pantheon zum Beispiel in Rom. Da ist ein Loch in der Mitte drin. Oben ist ein großes Loch, was eine Menge Licht reinbringt. Das Loch ist relativ klein. Aber dieses Loch hat man da reinschneiden können, ohne dass der Kraftschluss der Kuppel gestört ist. Es hätte sogar ein bisschen größer sein können. Ein romanisches Gewölbe ist grundsätzlich nichts anderes als das, was wir hier bauen. Es ist auch eine Schale. Die Schale selber versucht, das nur noch dünner zu machen, noch ausgereizter. Der Stahlbeton als zusätzliche Möglichkeit und so weiter und so weiter. Aber wir sind da in einer sehr, sehr langen Tradition tätig an der Stelle. Und da nimmt Frei Otto sozusagen seine Möglichkeiten und macht mit einfachen Modellen weiter an den Punkt, mit den Möglichkeiten, die ihm der Beton und der Stahl und alle diese Dinge bieten. Da machen dann Leonhard und André und Ted Heppold weiter an der Stelle, wo es dann über infinite Elemente, Methoden, computerbasierte Berechnungsmethoden gibt. Und da macht der Sobeck sozusagen weiter und sagt, das kann ich noch ein bisschen besser. Ist jetzt noch mal zehn Jahre ins Land gegangen. Und da machen dann eigentlich letzten Endes auch die, die den Stahl da biegen und bauen weiter. Weil die Methoden, mit denen die das bauen und vermessen und dann sich rückvergewissern in der Augmented Reality, dass das auch so ist wie geplant und dass es nicht anders ist und bloß keinen Fehler machen. Das ist nichts anderes als das Dehnen, das Fortsetzen dieser extrem langen geschichtlichen Linie, über die wir hier reden. Es ist eine Form, für mich ist die poetisch. Das ist eine poetische Komposition, das Ganze. Man hat immer gesagt, Architektur ist gefrorene Musik. Und das ist bei dieser Architektur auch der Fall, glaube ich. Man wird ja am Ende die Mühen ihrer Erstehung nicht ansehen. Wie man die Mühen ihrer Entstehung durchaus ansehen konnte, waren die Arbeiter und Ingenieure auf der Baustelle. Mit Brillanz und Pioniergeist lösten sie die vielen Herausforderungen dieses anspruchsvollen Projekts auf dem langen Weg von der Seifenblase zum Stahlbeton. Ein Einblick in die Entstehung der Kelchstützenhalle gibt uns die Ingenieurin und Tragwerksexpertin Angelika Schmid. Mein Name ist Angelika Schmid. Ich bin Prokuristin und Teamleiterin im Büro Werner Sobeck hier in Stuttgart. Und ich bin als Projektleiterin verantwortlich für die Tragwerksplanung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs. Die Kelchstützen sind das wesentliche tragwerksplanerische, aber auch funktionale und gestalterische Element des Bahnhofs. Tragwerksplanerisch, eben weil diese 28 Kelchstützen das Dach des neuen Bahnhofs tragen werden. Aus funktionaler Sicht ganz wichtig, es gibt oben diese Öffnung, die sogenannten Lichtarten, und dadurch erfolgt die natürliche Belichtung und Belüftung des Bahnhofs. Diese Form ist eben eine hochkomplexe geometrische Form aus antiklastisch gekrümmten Flächen, das heißt gegensinnig gekrümmten Flächen. Mathematisch gesehen ist es eine Freiform, denn keine mathematische Regelmäßigkeit kann diese Form eindeutig beschreiben. In der Entstehung wissen wir aber, ist es natürlich eine freie Form, und das zeigen ja diese Experimente an den Seifenhautmodellen ganz eindrücklich. Es ist keineswegs so, dass wir hier einzelne Stützen haben und die dann, ich sag mal, irgendwie miteinander verbunden haben, sondern diese Form, die sich dazwischen ergibt, ist auch eine Schalenkonstruktion und im Prinzip in der gleichen Weise entwickelt wie auch die einzelnen Kelchstütze. Und somit gehört auch dieser Bereich dazwischen, wir sprechen von sogenannten Schwindgassen, zu dieser Gesamtkonstruktion des Schalendachs, das genauso den Ursprung in der Formfindung hat. Die Zugkräfte und die Biegemomente sind in diesem Tragwerk deutlich reduziert gegenüber einem, ich sag mal, klassischen Tragwerk mit Stützen und horizontaler Decke. Und die höchsten Druckbeanspruchungen, die sammeln sich eben nun im Bereich des Kelchfußes. Denn oben werden die ganzen Beanspruchungen eingesammelt, werden nach unten transformiert und an diesem einen Punkt des Kelchfußes sammeln sie sich und dort tritt dann letztlich die höchste Druckbeanspruchung auf. Was ist die Höchste Druckbeanspruchung? Also von Südkopf bis zum Nordkopf keinerlei Fugen aufweist. Das Fugenlose ist keine rein optische Geschichte, sondern das ist ganz wesentlich fürs Tragwerk. Denn die Fugen, die wir hier sehen, das sind Schalhautfugen. Die haben erstmal nichts mit dem Tragwerk zu tun. Und die Fugen, die für den Tragwerksplaner interessant sind, das sind wirklich Schlitze zwischen den Betonbauwerken, wo es dann auch dazu käme, dass es keine Unterstützung mehr gäbe. Also würden wir hier mittig eine Fuge einziehen in den Bahnhof, bräuchten wir rechts und links davon vermutlich Stützen. Und durch das Monolithische ist das ein Tragwerk, das über die ganze Länge wirkt und in sich auch stabil ist und tragfähig ist. Wir haben zum Südkopf eine Bewegungsfuge und zum Nordkopf eine Bewegungsfuge. Dazwischen, der Bereich, in dem die 28 Kelche stehen, gibt es keine einzige Fuge. Und das ist aus Sicht der Tragwerksplanung eine große Herausforderung, weil je länger ein Bauwerk aus Beton ist, umso höhere Zwänge entstehen darin. Einfach aus dem Verhalten des Betons, kriechen, schwinden, aber auch aus Temperaturveränderungen. Und das führt eben dazu, dass wir es mit hohen Beanspruchungen und dadurch auch ordentlich Bewährungseisen zu tun haben in diesem Bauwerk. Beton kann verschiedene Verformungszustände annehmen. Dazu gehören das Kriechen bei Zugbelastungen, sowie das Schwinden bei Druckbelastungen. Auch Temperaturveränderungen führen zu Abweichungen und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Tragwerks. Anders als im Seifenblasenexperiment sind die echten Kelchstützen vielfältigeren Belastungen ausgesetzt als nur ihrem eigenen Gewicht. Daher bestehen Kelchstützen aus mehr als Beton, zusätzlich sind Stahlstreben in ihrem Inneren verlegt. Die Stahlstreben nehmen Zugkräfte auf, während der Beton die Druckkräfte stemmt. Wie im Äußeren folgt auch der Stahl im Inneren der Kelchstützen dem Kraftfluss. Die Streben sind daher dreidimensional gebogen. Nicht bloß, um besser in die Kelchstütze zu passen, sondern um den Kraftfluss im Inneren der Stütze abzubilden und so für das höchste Maß an Stabilität zu sorgen. Es ist ein ausgeklügeltes System und eine 3D-Planung, wo eben ermittelt wird, wie die Zugkräfte verlaufen, wie also die Bewährung liegt. Und das wird dann tatsächlich auch über Koordinatenangaben der Baustelle zur Verfügung gestellt, damit dann die Eisen wirklich exakt so eingelegt werden können, wie sie geplant wurden beziehungsweise wie eben auch die Zugkräfte verlaufen. Es ist ein Geflecht, weil natürlich Kräfte hier in viele verschiedene Richtungen verlaufen. Somit gibt es auch Bewährungseisen in vielen verschiedenen Richtungen. Und wie man hier sieht, ist es nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Und deswegen wurde auch alles in 3D geplant. Die Baustelle hat dieses 3D-Modell auch, kann dort am Bildschirm schauen, wie und wo die Eisen liegen und die dann eben exakt so einlegen. Und es ist auch wichtig, dass sie exakt liegen, wie sie geplant sind. Zum einen natürlich, damit sie dem Kraftverlauf entsprechen, aber natürlich auch, dass sie in Summe so liegen, dass noch genug Beton dazwischenlaufen kann und dann alles eben im Großen und Ganzen Beton mit Bewährung am Ende funktioniert. Die Herstellung der Kelchstütze erfolgt so, dass zunächst der untere Bereich, der Fuß des Kelches, hergestellt wird. Dort wird zunächst die Bewährung gestellt anhand von Schablonen. Dann wird die Schalung von außen dagegen gerückt und dicht verschlossen. Und dann wird der Beton hineingefüllt, für die ersten, die unteren etwa 6 Meter. Dieser Kelchfuß ist dann fertig, wird ausgeschalt. Dann kommt der obere Bereich, der eigentliche Kelch. Hier wird zuerst die untere Schalung gestellt. Auf dieser Schalfläche wird dann die Bewährung aufgebracht, was hier gerade passiert. Wenn die Bewährung vollständig eingebracht ist, wird in dem inneren Bereich, wo es relativ steil nach unten geht, die Deckschalung aufgebracht. Und dann wird der Beton eingefüllt. Die Kelchstützen sind eine kühne Architektur, die Bewegung in den starren Baustoff bringen, aus dem sie gegossen sind. Als Abbild eben der Kräfte, die sie tragen, sind sie pure Funktionalität und doch von unverwechselbarer Form. Die neue Bahnsteighalle in Stuttgart wird mit ihrer besonderen Eleganz ein Palast zur Ehre des öffentlichen Verkehrs. Rückblickend muss man schon sagen, es war ein harter Weg. Es waren doch viele Schwierigkeiten, mit denen ich so nicht gerechnet hätte unbedingt in der Entwicklungsphase. Aber wirklich Zweifel, dass es baubar ist, hatten wir nicht. Und ja, ich bin auch stolz darauf. Es wird in gewisser Weise mühelos wirken. Und das ist auch richtig so. Wenn man das als eine erzwungene, schwierige Sache ansehen würde später, wenn man es hier diese Zwängungen ansieht, dann hat man was falsch gemacht. Und man kann, glaube ich, schon sehen, dass das nicht der Fall ist. Das ist die Erleichterung, die man hat als Architekt, wenn man das dann sieht. Man denkt, hat geklappt.